Hier sehen Sie einen Größenvergleich aktueller Smartphones. Die vorderen drei Geräte unterstützen auch Highspeed-Internet mit LTE im Vodafone-Netz. Das erste Gerät ist das LG TrueHD LTE. Hier haben Sie das Flaggschiff von Samsung, das Galaxy S3 LTE und hier das HTC One XL. Sie unterscheiden sich vor allen Dingen in Ihrer Displaygröße. Das LG-Gerät verfügt über 4,5 Zoll Bildschirmdiagonale. Das Galaxy S3 hat mit 4,8 Zoll von allen Geräten hier die größte Diagonale. Das HTC liegt mit 4,7 Zoll knapp darunter. Und auch wenn bei Vodafone aktuell nicht LTE-fähig, das iPhone 5, einfach um den Vergleich der Displays gesehen zu haben, hat ja nur 4 Zoll Diagonale. Sie können natürlich auf so einem größeren Display deutlich mehr Inhalte darstellen. Das auch bei Vodafone-Netzungen. Das nicht nur 1 Jahre alt, sondern auch nicht viel. Sie können ja auch mit Vodafone-Netzungen. Das nicht nur 3,7 Zoll darunter.